Mit innovativen Wohnideen überzeugt die Dieter Weinmann KG Raumplus Design. Das Reutninger Traditionsunternehmen betreibt bereits seit über 100 Jahren professionelle Wohnraumgestaltung. Polster, Fensterdekorationen, Sonnenschutz für Außen und Innen, Bodenbeläge und Parkett werden auf individuelle Kundenwünsche und Bedürfnisse abgestimmt, gefertigt und fachgerecht montiert. Für den erholsamen Schlaf bietet die Firma Weinmann Schlafsysteme, die von der Aktion Gesunder Rücken empfohlen werden. Ganz gleich, ob Sie gerne härter liegen oder das Kuschelnest bevorzugen. Hier finden Sie genau Ihr Bett. Vom Gestell über Lattenrost und Matratze bis hin zu Bettwaren, Bezügen und den passenden Kopfkissen. Das erfahrene Team berät Sie ausführlich und bedarfsorientiert über Farbe, Funktion und Gestaltung. Gefertigt und montiert wird ausschließlich durch Fachpersonal, selbstverständlich mit Garantie. Lassen Sie Ihre Wohnträume wahr werden mit der Firma Weinmann KG Raumplus Design.